In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Unity Split Lizenz mit Ultima Tokens auf der Produktwebsite von DeFiU kaufen können. Gehen Sie zur DeFiU Website. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche, Sign In und melden Sie sich an. Wählen Sie im geöffneten Dashboard in der rechten Ecke unter dem Empfehlungslink den Abschnitt Unity Split aus. Scrollen Sie auf der Seite nach unten. Im Abschnitt Unity Split Licenses sehen Sie eine Liste der zum Kauf verfügbaren Lizenzen. Bitte beachten Sie, wenn gerade eine Promoaktion läuft, werden auf der ersten Registerkarte die im Rahmen dieser Promotion angebotenen Lizenzen angezeigt. Der Erwerb von Promolizenzen funktioniert gleich wie der in dieser Anleitung beschriebene Prozess. Wählen Sie die für Sie passende Lizenz aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. Kaufen Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsart auszuwählen. Wählen Sie Ultima aus, stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf Purchase. In dem geöffneten Fenster wird der Betrag in Ultima und die Adresse der Wallet angezeigt, an die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse wird auch als QR-Code zum Senden der Transaktion über die mobile Anwendung verfügbar sein. Zum Bezahlen senden Sie den erforderlichen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie auf eine Zahlungsbestätigung. Jetzt muss die Lizenz aktiviert werden. Gehen Sie dazu zum Menübereich My Licenses. Suchen Sie die gekaufte Lizenz aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Activate. Wenn Sie sich Ihren Aktivierungsverlauf ansehen möchten, gehen Sie zur Registerkarte Activation History. Fertig. Sie haben Ihre Lizenz erworben und aktiviert. Sie können jetzt einen Split-Contract mit dem verfügbaren Limit Ihrer Lizenz abschließen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie diese jederzeit an unser Support-Team senden und Sie werden gerne beantwortet.